Oh, hallo, hallo, hallöchen. Damit herzlich willkommen zu Dirk und Klaus in Fürnüsse, Folge 70. Und die, äh, Jubiläum. Ja, die, äh, es klingt so ein bisschen wie so ein Akkuschrauber. Bist du 70 oder feiern wir heute die 70. Folge? Schwer zu sagen. Ähm, was bin ich unter dem Podcast? Äh, ich würde mal sagen, fangen wir an mit einer Live-Trailer. Ich gebe jetzt Dirk meinen Tablet in die Hand. Und Dirk wird sich jetzt einen Trailer ansehen, der im Internet für Furore gesorgt hat. Wie heißt der denn, dass die... 247, wirst du gleich sehen. Wie, der heißt 247? Sonic. Ja. The Hedgehog 2019, official. Ja, ja. Du hörst jetzt ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich dann. Ich rede auch mal ein bisschen drüber. Dirk wird live darauf reagieren können. Sonic sieht spektakulär aus in dem Film. Ich sehe noch keinen Sonic. Ja, warte mal. Warte mal ab. Wer ist denn das, der Polizist? Das ist James Marston, der spielt Cyclops in den X-Men-Filmen. Ah, stimmt. Oder den Prinzen in Enchanted. Wow! Jetzt hat er, glaube ich, gerade Sonic gesehen. Nee, das ist so schnell. Immer noch nicht. Er sieht nur die Pfoten. Auch eine gute Musikwahl, kann ich mal sagen. Den Trailer Gangsters Paradise. Klassischer Sega-Song aus den 90ern. Ja, gut. Sieht ziemlich dicht nach einem normalen Sonic aus, ne? Ach, ja. Das Gesicht ist so eine Katastrophe. Muss ich jetzt das ganze Ding sehen? Nee, musst du nicht. Oh, der Brummi sieht aber aus wie von Knight Rider. Also, Sonics Gesicht geht gerade so im Internet rum, weil es so extrem hässlich und absurd designt ist. Das kann man sich nicht ausdenken. Oder man kann sich nicht vorstellen, wie das Studio... Ist Jim Carrey junger geworden? Wahrscheinlich, weil er gegen Impfungen ist. Man kann sich nicht vorstellen, wie das Studio diesen Sonic durchwinken konnte. Weil das... Diese Mischung aus menschlichem Gesicht und... Ja, und wieder Gangsters Paradise, weil was kostet der Geiz, ne? Danke, und das war der Witz im Trailer. Okay, ich mache Schluss, oder? Das ist jetzt ein bisschen lang. Ja, spannend. Also auch für die Zuhörer. Schaut es euch an. Ich kann es nur empfehlen, der Sonic-Trailer und der Sonic-Film. Ich werde einer der Ersten im Kino sein und wahrscheinlich einer der Letzten. Hier ist mal jemand, ein Künstler hat sich mal daran probiert, das so zu machen, wie man das normal animieren würde. Ja, okay. Also, Gegenüberstellung gibt es jetzt viele von dem Sonic, wie er im Film ist und dem Sonic überarbeitet, wie er in den Spielen ist, mit den Proportionen, die er in den Spielen hat. Und nicht dieses seltsame... Er hat so ein bisschen die Physis von so einem trainierten, achtjährigen russischen Turner. Aber wieso redest du gerade über den jetzt gerade, wo Avengers draußen ist und welcher Basketball- oder Football-Spieler wurde so geächtet, weil er schön das Ende verraten hat oder irgendwie? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Hast du das bei Colbert gesehen, nehme ich an? Ne, bei Trevor Noah. Ah. Ja, also es war halt irgendwie, er meinte, es ist dieses ungeschriebene Gesetz, halt nicht spoilern. Ja. Und der Typ hat irgendwie so ein Preview besonderes gekriegt, weil er hat natürlich irgendwie, weiß nicht, ich glaube, es war ein Football-Spieler. Ja. Und der hat halt gespoilert und jetzt wurde er halt richtig Mörder-Shitstorm und alle haben auch gesagt, er soll aus der Liga gebannt werden deswegen und Strafe zahlen und soziale Dienste und die Amis, ey. Das ist schon, also ich meine, die Bewegung war relativ groß, das auch mit dem Hashtag Don't Spoil the Endgame, da ging das rum durch die sozialen Zwerge und ich habe auch keine Spoiler gesehen, also anders als bei der Game of Thrones-Folge, zum Beispiel bei der letzten, wo das ganze Internet voll war mit Spoilers, also direkt am Montag auch, man konnte dem eigentlich, wenn auf Twitter oder Instagram rumhing, kaum entgehen. Also das war auch, ich habe James Coden gesehen und das war halt der Monolog und er meinte, scheiß drauf, es ist jetzt Montag oder sowas und jetzt, also falls ihr interessiert seid, habt ihr es gesehen, falls nicht, schaut ihr es nicht drei Tage, vier Tage später an und denkt ihr, ach verdammt. Und an dem Tag, oder war es, ich glaube am Dienstag war es, also Folge vom Montag oder vom Montagnacht und da fing er gleich an mit, ja übrigens, Night King, pfff, hä? Was? Und hat halt gleich erzählt von Anfang an, dass da Night King halt getötet wurde und zerplatzt Das ist ein guter Witz, also ein toller, schöner Witz, ja, für den Opening-Monolog. Er hat halt einfach nur erzählt, dass er dran denken musste, glaube ich, wie gefrorenes Eis vom Dach fällt und dann in tausend Teile fällt und wie dann halt alle aus, und da hat er sich irgendwie dran aufgehängt und ich dachte, okay, und dann gab es halt Reaktionen im Publikum, man hat, no, 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 you didn't see it? Und so, und dann dachte ich, ja, und ich wollte es mir zum Frühstück auch angucken und dann dachte ich, ja gut, aber gut, das Gute ist, dass er nicht gesagt hat, wer es war und das war echt surprising, aber was ich auch verstanden habe heute bei Seth Meyers, dass er gesagt hat, wie heißt das, Bren, der Klitsch im Rolli? Ja. Er meinte, Bren, wann machst du denn was? Was soll deine Powerfähigkeit mit irgendwie Adler gucken mal kurz oder Krähen gucken, was Sache ist? Sitzt am Baum, alle machen sich platt für dich, die Kleine kommt und rettet dich und du sitzt da, weil ja alles Nüsse ist. So, und dann meinte er, mach endlich, hör auf diesen scheiß Blick zu machen, hör auf damit! Und dann fing er halt an, hat er irgendwie so eingebrochen oder eingefügt in seinen Monolog oder irgendwas, fand ich ganz gut, weil ich da kurz auch dran gedacht habe, dachte von wegen, Alter, so dieses, aber... Er trägt ja auch taktisch nichts zur Schlacht bei, man könnte ja sagen, dass er mit den Vögeln vielleicht die Truppenbewegungen beobachtet. Ja, oder irgendwelche Bären, die irgendwas zerreißen oder sowas, oder Wölfe, oder... Ich flieg mal ein bisschen rum hier. Genau, er... Flugsimulator 95. Das Geile ist, er sieht die Schlacht durch die Augen der Krähen, aber sagt dann nicht irgendwie Augen zurück und sagt, ach übrigens, das und das ist gerade, oder das kommt gleich, sondern... Linke Flanke verstärken. Ich weiß halt, was Sache ist, ob es mich interessiert, es berührt ja nichts mehr. Er sagt ja auch von wegen, er ist nicht wütend, aber der wirkt jetzt generell so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, komplett fremd von allen Gefühlen. Ja, ja. Ihr da auch zum Schluss den, äh, Hodenlosen, wie heißt der gesagt? Fion. Ja, du bist ein guter. Tschüss. Du hast halt dann so... Ja. Ja. Wir spoilern hier übrigens auch alles. Naja, jetzt haben wir... Ja, jetzt ist schon... Ja, aber ich meine, wie gesagt... Wenn das nächste Woche draußen ist, dann ist schon die nächste Folge draußen. Ja, also ich meine, ich finde die ersten Tage, also entweder dieses perverses, geile Sky-Abo, dass man es halt auf Gameboy-Qualität schauen kann. Das ist, also wirklich, Sky macht ja so einen Profit nur mit den Leuten, die Game of Thrones am ersten Tag sehen wollen. Weil sonst hat ja keinen Arsch mehr Sky. Weil das kann... Ich glaube, Timo hat das gerade. Ja, keinen Arsch mehr. Also, Sky hast du ja nur noch, wenn du Fußball sehen willst. Weil, ich meine, dieses Sky-Entertain-Programm, was früher mal... Oder wie Walking Dead, die aktuellsten Folgen immer. Da kannst du ja auch alte Folgen ansehen, da passiert ja eh nichts. Also, äh... Hallo, Human gegen Human? Ja, kann ich ja... Naja, also... Wie sich schon total aufgeregt. Dieses Sky-Entertain-Paket ist ja seit Netflix total für den Arsch. Weil es da irgendwie, ja, die neuesten Serien, die neuesten Kinofilme. Und es ist ja wirklich nur dieser Exklusiv-Deal, den sie haben, dass es am ersten Tag nur auf Sky laufen darf in Europa. Und das wirklich in der Qualität schlechter als YouTube. Das ist die Qualität... Was heißt schlechter als YouTube? YouTube kannst du ja 4K und hast dich gesehen. Ja, ja. Sky beschränkt es auf 720p, wenn du das Ticket hast. Also HDTV. Das reicht ja schon. Aber setzt die Kompression runter. Das weiß ich nicht, was... Ähm, da sind halt ständig irgendwelche Blöcke im Bild. Hä, wie Blöcke? Weil... Also, wenn du es bei iTunes oder bei Amazon Prime hast. Oder wenn du Sachen auf Netflix streamst. Ja. Dann streamt Netflix, Prime, iTunes und Co. streamen das mit einer konstanten Bitrate. Das heißt, jedes Bild hat die gleiche Bitrate. YouTube hingegen sagt, ah, wenn das Bild dunkel ist, dann kann eh nichts im Bild passieren. Dann setzen wir die Bitrate runter, dass der Streamen beschleunigt wird. Okay, dass halt so diese grauen Flecken plötzlich im Dunkeln stehen. Genau. Oder halt so ganz scharfe Kanten. Ja. Das ist einfach ein Zeichen davon, dass die Bitrate runtergesetzt wird. Okay. Was auf YouTube schon manchmal nervtötend ist. Wenn dir was in guter Qualität aussah. Genau. Genau. Aber halt auf Sky. Und das ist halt eine Folge, die größtenteils im Dunkeln spielt. Naja. Und du hast halt... Also, ich habe zum Beispiel erst in dem YouTube-Making-Off gesehen, dass der Angriff auf die Gruft tatsächlich von den mumifizierten Leichen aus der Gruft kommt. Das habe ich irgendwie auch nicht ganz geschnallt. Ich habe halt gesehen, dass die halt irgendwie so mumifiziert waren, aber habe halt irgendwie gar nicht daran gedacht, weil später oder am Anfang sagt sie ja von wegen, ja, wir sind dann in der Gruft und ich glaube, der Kleine sagt, wie passend oder sowas. Irgendwie sagt das ja schon. Eher terriert. Und ich habe halt nicht daran gedacht von wegen. Ich habe halt gedacht, die sind halt wie in den anderen Bildern halt auch, dass die halt einfach mit der Masse halt einfach überall durchkommen und sich graben, popeln und sonst was. Beziehungsweise wie sie halt über diese Feuerwand kamen, dass sie halt irgendwann auf die Idee kamen oder irgendwann gab es diesen Befehl, legt mal 40 rein und die anderen rennt rüber, weil die funktionieren ja auch nur im Gesamten und nicht als einzelne Figur. Ja, aber stimmt. Also man sieht halt wirklich extrem wenig, weil die Folge ist eh dunkel, aber wenn du halt kein richtiges, das ist ja auch was, wenn es niedrig kodiert ist, dann ist es schwarz, also die Farben und Kontraste sind in deiner Art auch nicht mehr da. Also hast du ja tatsächlich so dieses grün-braune Gameboy-Gesichtfarben gesehen. Das war wirklich, also das war bei den Folgen davor, habe ich mich auch schon ein bisschen aufgeregt, aber da war es halt noch zu verschmerzen. Dann war es halt irgendwie so, in der ersten Szene marschieren ja Daenerys und Jon auf Winterfell zu und du hast auf Sky aufgrund der schlechten Qualität nicht gesehen, dass Daenerys Armee hinter ihr ist. Das sah einfach nur aus wie so ein Fleck und ich habe es halt dann ... Also eine Mörder-Staubwolke, wie so ein Nightwider, der dich Arizona fährt. Ja, also halt wirklich, also auch der Kampf der Drachen, der war ja ein bisschen heller, weil der vor dem Mondlicht spielt. Du hast nicht gesehen, was passiert. Und es ist wirklich dafür, dass Sky halt, also ich meine für dieses Sky-Ticket, kein Mensch kauft ja sonst dieses Sky-Ticket, außer du willst Game of Thrones sehen. Also wirklich generell Sky als Service absolut indiskutabel und halt, diese App auf dem Computer zu haben, weil du es nicht über den Browser streamen kannst. Das alleine. Wahrscheinlich, da gehen sie davon aus, 90% unserer User gucken die ganzen Sachen auf ihrem Smartphone. Oder was ist die Idee dahinter? Oder auf ihrem, äh, oder auf ihrer Sky-Box. Was ist die Sky-Box? Das ist halt so eine kleine Box, wie so ein Apple-TV oder so ein Google Chromecast oder ein Firestick. Ja. Das ist so als Box und das dekodiert deinen Sky. Wenn du halt, wie jeder normale Mensch die Bundesliga abonniert hast bei Sky. Also ich kann echt nur hoffen, dass Sky im Straßengraben verreckt, wie sie es verdient haben. Was für ein Affenservice. Aber hast du es denn nochmal irgendwie auf Amazon gesehen? Äh, noch nicht. Mache ich, äh, morgen nochmal. Okay. Morgen Abend. Holst du es dir auf Amazon? Ich habe die Staffel geholt bei iTunes. Bei iTunes, okay. Die ist doch wahrscheinlich genauso teuer wie bei Amazon, oder? Ja, du hast auf iTunes, hast du den Nachteil, dass du, ähm, dass du die Sprache nicht mehr verändern kannst. Also du bist halt auf die Sprache festgenagelt. Okay, warum rutscht sie da? Du bist ja auch Prime-Kunde. Weil ich es lieber auf meinem Gerät speichere und ich kann halt, äh, die iTunes-Sachen alle auf dem einen, alle auf den ganzen Apple-Geräten speichern. Außerdem ist halt noch so ein Zwei-Stunden-Featured dabei. Oh. Und ich habe mir die anderen Staffeln da auch schon geholt. Also das ist, äh, und ich wechsle ja nicht von daher. Ah. Ähm, ja, ja. Also Sky, fickt euch. Was habe ich sonst noch hier? Interessantes, super melden. Ja, das war es von meiner Seite. Und bei Dirk noch, äh. Äh, ja, ich habe jetzt, letztens haben wir über E-Casting geredet. Ich habe eben mein erstes E-Casting mit dem, äh, bescheuerten Ringlicht gemacht. Ah, was heißt bescheuert? Also, es erfüllt seine Zwecke. Es ist total praktisch mit dem, mit dem Stativ und alles. Äh, ja, aber es ist halt, also ich weiß nicht, wann man das irgendwie mit voller Stärke nutzt. Weil ich habe es halt einfach mal angemacht, dann war ich fast blind, da habe ich gesehen, dass natürlich, äh, ich habe mich nicht vorher pudert oder irgendwas. Und, äh, als ob ich, also ich muss definitiv dann Werbung für irgendwelche Würstchen am Grill machen, weil das sieht halt dann schon ziemlich krass aus. So, oder wie jemand gerade, der irgendwie auf die Welt kommt, weil es halt einfach so ein geleißenes Licht ist. Wow. Wow. Dann muss ich das fast aus, also echt so, wo ich dachte, also jetzt ist ja eigentlich dunkler als sonst. Aber sonst habe ich ja halt immer vom Kronenleuchter aus das ganze Licht. Deswegen wahrscheinlich streut das besser, als wenn ich voll klatsche. Und du wirst halt so ein Hammer-Schatten dahinter. Also das Gesicht ist halt schattenfrei, so. Nase macht halt nicht problematisch irgendwelche Balken. Auch die, die Panda-Bären, die manchmal entstehen. Äh, aber. Ja, also genau dafür ist es ja auch da. Aber dahinter denkst du echt so, Alter, ist der gerade eben dunkel, nur macht das Licht an. Das ist ja auch, ähm. 20 Sekunden. Anhören, Nummer 18. Beim Anhören. Na, wir hatten mal 20 und da war es ein bisschen, du hast gar nicht über deinen Bart geredet. Der abkann. Was ist dein sexuellen Vorlieben? Magst du Gurken? Irgendwie sowas. Oder hast du Angst vor Gurken? Küche, Balkon. Wenn man eine Gurke hinter mich legt, wenn ich gerade esse, dann schrecke ich schon auf. Nur legen. Es gibt so Videos von Katzen, wenn ihnen eine Scheibe Schabletten ins Gesicht wirft, dann fallen sie um. Ich glaube, es ist generell so alles, was das Gesicht komplett verdeckt, oder gibt es so einen Scheiblettenkäse? Ich weiß nicht, aber mit Scheiblettenkäse ist es auf jeden Fall saulustig. Du bist gar nicht so der Tierquälfreund. Ich dachte dir, ich habe vorhin einen Vogel mit Brot getötet. Wenn du einem Menschen eine Scheibe ins Gesicht wirfst und der Umfeld würde sich auch kaputt lachen. Ja, das stimmt. Ja, wollen wir mal weitermachen? Ja. Die Frage ist ja heute, was nun? Wir sind auf dem Clubschiff ZI da. Wollen wir alles nochmal kurz zusammenfassen? Z für Zombie. Ich habe tatsächlich die Folge komplett gehört. Also die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Ja. Wir haben uns bewaffnet. Ja, was für Waffen haben wir? Oh, was haben wir nochmal? Einen Kuhfuß? Habe ich? Hast du? Mit Tape-Scheiße dran? Dann habe ich, glaube ich, einfach ein Stahlrohr. Oder? Ich habe das Stahlrohr und ein Degen genommen. Genau, genau. Jetzt weiß ich gar nicht, was meine zweite. Und wir waren aber noch bei Eckbärten und haben Handfeuerwaffe geholt. Irgendwie unsere Glocke oder irgend sowas. Dann sind wir auf dem Schiffer der Wasserschutzpolizei, nachdem wir erstmal mit dem E-Scooter dahin sind. Ich wollte euch sagen, wir sind erstmal, haben wir uns die E-Scooter geholt. Dann sind wir vorne an die Ecke und haben uns mit Zuckerriegeln und Wasser eingedeckt. Juhu! Und dann sind wir Strahlohr Halbbinsel angepimmelt und haben uns da halt natürlich die sogenannte, also wir haben sie die Eismöse genannt. Ja. Die haben wir gekapert. Wir wissen überhaupt gar nicht, wie das Ding bewegt. Wir haben halt vermutet, dass mit Steuerrad und volle Pulle nach vorne es kein Problem sein sollte, irgendwie wegzukommen. Lustigerweise sind wir dann halt die Spree runter. Ich habe halt mal die Karte mit aufgerissen, weil ich dachte, wir gucken mal, das wird nämlich eine ziemlich doofe, enge Kiste. Wir müssten, damit es vielleicht noch spannend bleibt, relativ schnell auf die AIDA irgendwie kommen. Es gibt irgendwann die Abzweigung am Schloss Köpenick. Entweder links unter die sogenannte Dammbrücke oder rechts weiter, das ist dann wirklich Spree zur Dame. Ich weiß nicht, ob wir uns mal entscheiden. Oder am besten, du siehst die Karte nicht. Es ist vielleicht besser, dass du dich entscheidest. Jetzt ist es wie in so einem Choose-Your-Own-Adventure-Text-Abenteuer auf dem Amiga. Genau. Beziehungsweise haben wir vorher die AIDA schon getroffen? Ja. Oder wollen wir erst die Abzweigung nehmen und dann die AIDA treffen? Derzeit sitzen wir ja auf der AIDA fest, also kommen wir da irgendwie wieder runter. Also okay, dann würde ich sagen, dass wir vorher auf der Spree noch die AIDA getroffen haben. Ja, die Z-IDA. Bitte was? Die Z-IDA. Die Z-IDA. Gut, also wir sitzen da im Abenteuerspaßbad fest. Genau, also zum Schluss war es so, dass wir auf dem Mitteldeck irgendwie in diesem Hallenspaßbad in die Rutsche rein sind. Und wir hatten diskutiert, ob wir die Roller mitnehmen. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir es gemacht haben, weil es ging darum, dass wir, dass ich meinte, man könnte sich… Wir haben es gelassen, weil wir nicht wenden können. Genau, wir können in Gängen schnell festhängen und wenn dann halt einfach zehn Stewards irgendwie als Zombie rumliegen, dann wäre es das. Also der E-Scooter, die Kuh- und Emi-Varianten sind nicht mit Bullenfänger vorne ausgestattet. Ich weiß auch nicht, ob das so viel bringen würde mit den fünf KW oder was die bringen. Ja, wir sind… Genau, und wir haben gesagt, dass beim Rutschen der vordere eine gezogene Waffe und der hintere aus Sicherheitsgründen keine Waffe ziehen sollte. Also ich weiß aber nicht, also wir haben nicht gesagt, wer vorne, wer hinten ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist für unsere Story, aber… Wahrscheinlich nicht. Hier geht es dann weiter. Ja. Ich würde nur sagen, ich bin dahinter, ich habe meinen Kuhfuß eingeklemmt, also nicht raus. Wir platschen, ich würde mal sagen, im Wasser, naja, egal. Mal gucken. Okay, wir landen im Pool. Ja, genau. Jetzt ist die Frage natürlich, als da diese Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, haben die Zombies quasi auch sich überall so gestreut, dass die sich auch im Pool halt gebissen haben. Wir wurden ja von vielen verfolgt, also muss die Zombie-Dichte am Pool schon geringer sein. Ja, also eventuell bogen wir zwei aufgequollene Zombies, wenn wir ins Wasser knallen, noch weg oder so. Ja, ja. Weil das Doofe ist, wenn die jetzt nur ins Wasser gelangen, dann kommen die nicht mehr an Land und gehen vielleicht unter oder sind aufgedunst, aber sind nicht tot-tot. Ja, ja, ja. Also sind ja schon tot, aber noch tot-gefährlich. Ja, die bolzen wir noch um. Genau. Im Wasser, ja. Also du mit Fuß oder mit Degen oder beides, ich habe keine Ahnung. Ach, Degen ist, glaube ich, eine ganz gute Unterwasserwaffe, weil du so mit der Stromlinie mitgehst. Ja, ja. Dummerweise, warum? Warum sind wir eigentlich, um Spaß zu haben, oder was? Nee, um zu fliehen. Die Zombies haben uns verfolgt. Wir haben so viel Lärm gemacht im Zwischen. Ah, okay. Aber der Plan war ja, mit der Eismöse, wir haben ja angelegt, um Proviant aufzufüllen. Oder wollten wir die AIDA-Carb und die AIDA fahren? Weil das, glaube ich, wäre, ich würde mal behaupten, computergesteuert, mehrere Kapitäne oder ein Kapitän, der immer nur was sagt und die anderen immer sagen, okay, rechts, links, Motor, bla. Ich glaube, das würden wir zu zweit nicht hinkriegen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dann, sagen wir mal, wir sind da jetzt wegen Vorräten. Aber halt auch nur, um Rucksäcke zu füllen. Also AIDA, da kriegst du ja alles. Ja. Also da zum Beispiel, weil wir nicht zurückgekommen sind, würde ich vorschlagen, wenn wir irgendwie aus dem Wasser kommen, erstmal so eine Klamotten nass. Zweitens habe ich dummerweise ja noch deine Klamotten an. Ich hatte ja T-Shirt oder Hemd, Hemd hatte ich und kurze Hose. Habe von dir irgendwie eine Hose geliehen und zu große Schuhe. Jetzt würde ich vielleicht, wenn wir es irgendwie schaffen, in so einem Runners Point oder sowas mit dir mich vorkämpfen. Auf der AIDA. Ja, weil ich glaube, dass die meisten Menschen eher auf irgendwelche Futterdecks oder auf irgendwelche Amusement-Decks sind, als in den Kaufzonen, als es ausgebrochen ist. Würde ich jetzt vermuten. Wir können jetzt auch einen Kaffee machen. Die haben auch Cafés da an Bord. Ich trinke ja keinen Kaffee und ich weiß ja auch nicht, ob das als Zombie-Apapakalypse dann sich ändern würde. Ist alles scheißegal. Kaffee. Mein Stück. Denk doch an deine Herzen. Ja. Du kannst ja einen Kaffee dir holen, während ich. Die Sache ist aber auch, du solltest aber eine Hand immer an der Waffe haben. Ja, sicher doch. Schön, die andere laut am Kaffee Vollautomaten. Stimmt. Wir wollen ja keine Geräusche machen. Und du bist ja der Erste, der nach dem Genuss oder währenddessen sagt, das ist doch kein Kaffee. Hol ich mir eine Cola. Du, okay, dann stelle ich eine Light und dann die Zero. Ja, ja. Weil wir haben ja jetzt uns bestimmt schon ein paar Tage echt blöd von Snickers und Konsorten ernährt. Da kann ich mir ja schon ein bisschen meine Eckzähne ablutschen, die sich ja langsam ausbröseln. Ja, okay, aber am sichersten wäre es natürlich, einer bewacht den Laden, beziehungsweise beide durch Stöber in den Laden gucken, dass auch kein armer Footlocker... Die Frage ist, ist der Footlocker-Typ zum Zombie geworden? Aber allein ist ja auch Quatsch, der ist rausgegangen. Genau, der wird ja nicht die Position gehalten haben, während die Zombie-Aufkürlüsse aus. Ich glaube, so motiviert sind die auch nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Okay. Ich glaube aber, die Show läuft noch. Die welche Show? Es gibt doch immer so Musical-Shows auf Kreuzfahrtschiff. Stimmt. Da haben sich sicherlich auch die Zombies nicht hingewagt. Aber es gibt ja auch diverse Gesangsdinger in diesen Pubs. Also es gibt ja viel. Also Olli Schulz hat mal damals erzählt, dass er halt in so einem komischen AIDA-Klubschiff dabei war und es war echt super unangenehm. Und der war in so einem Irish Pub und sollte abends halt dann irgendwie singen und hat sein eigenes Material gesungen. Und das kannte keiner und ihn kannte keiner und fanden das richtig scheiße und wollten, dass der halt irgendwelche Klassiker singt, wahrscheinlich Schlager oder sowas. Und dann ist tatsächlich ein Gast auf die Bühne und hat, glaube ich, Klavier gespielt und irgendwelche Standarddinger gesungen. Oder die fanden ihn super und haben Olli so ein bisschen gebeten, noch zu gehen und sowas. Und das fand er halt maximal schamvoll und hat sich, glaube ich, dann die sieben Tage nur betrunken und abends dann halt irgendwie immer frustmäßig, weil er musste halt auftreten und es wollte aber keiner. Und das muss ja richtig grottig sein. Aber ja, weil sonst könnte man ja auch sagen, man macht das Shaun of the Dead-Prinzip, dass man sich so halt eins von diesen nachgebauten Irish Pub-Dingern sucht. Ja. Aber da ist ja auch die Sache. Auf dem Schiff, ja, ich glaube, das ist... Generell ist, ne, wir müssen wahrscheinlich auch wach sein, Alkohol ist da nicht so praktisch. Okay, wir haben den Footlocker durchstöbert, er ist frei, keine Ahnung, bewacht jemand vorne oder verriegelst du den mit dir einen Kaffee? Ja, wir, nein, ich bin jetzt vorne, ich habe meine Cola Light mitgenommen auf dem Kühlschrank vom Bäcker. Okay, vom Bäcker. Ja, okay, dann würde ich relativ schnell, dann sind die Farben ja egal, gucken, glaube ich, was... Wie, die Farben sind egal. Wow, 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 wow. Okay, irgendwas, irgendwas, irgendwas Dezentes, was halt nicht auffällt, dass der Zombie sagt, da ist Neon, was sich bewegt. Ja, ja. Sondern, keine Ahnung, da ist Kaki-Farben, was normal im Wind weht, irgendwie weiß ich nicht, Kaki. Ja, okay, da habe ich die Puschen, knot mir die ran, lass deine da, vielleicht lockt das ja auch Zombies. Zombies an, als wenn du die tagelang getragen hast. So, und deine Schuhe hier sind ja auch schon... Ja, ein olfaktorischer Genuss. Leicht verwesungsdoof. Ja, und dann, was... Wollen wir noch irgendwelche Klamotten? Ja, ich würde sagen, wir holen uns noch ein paar Funktionsklamotten da, die werden ja auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff sicherlich eine North Face Store haben. Ich denke mal, dicht dran, ne? Also, so Tracking-Quatsch und so, da ist da, ja, irgendwie so eine Jacke, diese praktischen, bescheuten Multifunktionsangler oder diese Taschen mit 27 Taschen, dass du sagst, ich kann Munition, Brötchen reindrücken, alles. Bin in Wassersicht. Ja, irgendwie. Wollen wir uns diese lächerlichen Wasserbags für Rucksäcke oder ist das doof, weil du die halt nicht immer gut füllen kannst, so weil wir nicht, wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, würden wir Wasser aus der Leitung, also jetzt nicht aus der AIDA-Leitung, sondern generell Festlandsleitung, falls wir irgendwann hingehen, oder sagen wir, das ist eine kritische Sache und wir nehmen lieber abgefülltes Saskia-Wasser oder so. Ich würde sagen, lieber abgefülltes. Also, ich meine, da werden wir ja nicht an einen Engpass geraten irgendwann. Ja, kommt drauf an, ne? Wenn wir weiter aufs Land, dann hast du irgendwann, musst du halt beim Bauernhof irgendwas suchen. Irgendwo finden wir halt schon. Ja. Ja, gut. Gut, also wir haben jetzt Schuhe, wir haben halt vielleicht irgendwie eine Jacke, vielleicht haben wir halt auch einfach, weil die ganzen Klamotten nass sind, gesagt, wir wollen jetzt eine neue Tracking-Cargo-Hose, keine Ahnung. Jeder eine neue Buchs, ja. So, neu, Schlüpper, sauber. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, gut. Obwohl, man sollte ja mal vorher einmal waschen, nicht, dass wir die anziehen und dann plötzlich im Kampf merken, das ist ziemlich itchy, das neue Ding. Weil wir halt noch voll die Chemiefasern... Im Gegensatz zu den Unterhosen, die wir jetzt drei Wochen am Stück getragen haben. Ich wusste gar nicht, dass wir mit der Eismöse schon drei Wochen, also dieser Weg ist nicht weit bis zu dieser Ergabelung. Ja, gut, aber wir haben ja die Unterwäsche jetzt schon zwei Wochen an, bevor die Zombie-Apokalypse ausbricht. Gut, das ist ja jetzt Standard. Ja. Das ist jetzt einfach... Wir haben aber auch nicht so viel. Nee. Wir haben fünf für die Woche, beziehungsweise fünf fürs Jahr. Und ich wasche nur einmal im Monat. Und nicht immer die Unterhosen. Nehmen wir auch so viel Platz ein in der Waschmaschine. Ich wasche mehr Teppichvorleger oder Bettvorleger. Genau, Teppichvorleger. Das wäre ganz geil, um erstmal auf den Teppich zu kommen. Ja, okay. Dann würden wir bestimmt in diese Tracking-Store, haben wir mit Sicherheit so einen Bereich von Proteinriegel, Dörrfleisch, Trockengerichte. Die sind ja ganz geil, sind halt arschteuer. Ich hatte schon überlegt, damals in der Schottland... Ich glaube, da müssen wir uns in der Zombie-Apokalypse keine Sorgen mehr machen. Nein, ich meine halt nur... Die nehmen meine Karte nicht. Klaus, die nehmen meine Karte nicht. So dieses Whole Meal in einer Tüte drin. Oder ich denk's nicht viel, ein bisschen Wasser drauf. Und dann soll das halt irgendwie, keine Ahnung, Steak mit Kartoffeln und hastig sein oder dem gleich kommen. Und dann kostet das dann halt irgendwie zwölf Euro, so eine Tüte. Und denkst du, was? Das ist ein bisschen... Naja, aber gut, dann würden wir... Ich meine, wären wir logischer, wenn wir sagen, wir müssen uns auch ein bisschen pushen, dass wir auch Blödsinn einkaufen. Und dann haben wir jetzt einfach nur Trockenfleisch, Eiweißriegel und fettig... Das haben wir dann noch am Blödsinn. Was würden wir denn noch holen? Ich war auf der AIDA und alles, was ich bekommen hab, war dieses lausige T-Shirt. Ja, okay. Es kann natürlich sein, dass wir nach ein paar Tagen, beziehungsweise wahrscheinlich fühlt sich das für uns nach wie Tagen an, aber nach der Karte müsste es halt einfach nur vier Stunden sein oder zwei, dass wir auf AIDA sind. Und wir können wahrscheinlich keine Schokoriegel mehr sehen. Weil wir haben halt aus Angst, erst mal einen Fettspeicher hab ich versucht anzufressen. Und hab halt in einer Stunde hab ich mir sieben große Snickers, die Klassiker aus den 90ern, die unterarmlangen Dinger. Und nichts schießt so durch wie sieben Snickers in einer Stunde essen. Uh, vielleicht das... Vielleicht sind wir auf irgendwie so einem richtigen Fancy-Deck, wo wir so eine richtige, richtig schöne Toilette haben. Das gute alte Puppdeck. Ja, so eine Ferguson 300 oder wie die hieß. Wusch. Genau. Das Gute ist, wir müssen ja nicht spülen auf der AIDA. Jeder geht einfach auf sein Klo, benutzt es und geht. Wenn wir in so einem Tracking-Laden sind, überlege ich, ob ich meinen Rucksack auch einfach wechsle. Uh, ja, stimmt. Wir können einfach einen besseren Rucksack nehmen. Ja, also Rucksack, den du halt echt vorne an der Brust vorklemmen kannst, den du halt mit tausend Schlaufen, wo du vielleicht auch Waffen dranhängen kannst oder so. Vielleicht, vielleicht hole ich mir auch so einen geilen, die haben die ja da auch, diese, diese Kletter-Äxte, nee, Kletterhaken-Hammer. Ja, diese Eishaken, ja. Eispickelhaken-Dinger, ja, genau. Weil die, also Gefahr ist natürlich, dass du hängen bleibst im Kopf. Ja. Aber die sind schon wuchtig. Ja. Ich meine, ich hab ja vielleicht, ich weiß gar nicht, was ich sonst hatte, aber den Kuhfuß, glaube ich, würde ich behalten und vielleicht noch diese Dings, weil die kann man auch, wenn ich irgendwo hinfalle, so kann ich ja mich festhalten dran. Ach, weiß ich nicht. Naja, egal. Aber einfach nur, weil ich Bock drauf habe, hole ich mir so ein Dings. Äh, ja. Taschenlampen. Ich glaube, ich würde Taschenlampen holen. Echt? In dem Laden. Was ist mit unseren Handys? Haben wir die verloren oder was? Ich weiß nicht, ob der Akku hält. Ja, aber ich meine, wir haben doch einen fetten Schiffsdiesel bei Schiff. Ah, stimmt. Ach, da sind wir ausgegangen, dass wir die laden können, ja? Ja, aber ich hätte gerne eine richtige Taschenlampe. Ja. Die du halt so auch über die Pistole halten kannst in so einem Film. Ach, stimmt, wir haben ja noch Pistolen. Ja. Aber dann lieber so eine kleine, die so klick, klick, die so faustdicke. Ja, klar. Es muss ja nur so eine, mit LED ist das ja hell genug. Boah, jetzt nicht so ein Babybein als Taschenlampe. Auch so ein Maglite, aber da kannst du auch dem Zombie gleich eins über die Mütze geben, wenn er frech wird. Ja, stimmt. Trotzdem, ja, eine kleine ist schon ganz gut. Wir haben ja eine Schusswaffe, jetzt müssen wir hier nicht. Aber es gibt auch diese Tactical Lights, die halt vorne so gekrümmt und gespitzt sind, dass du ganz normales Licht wirfst, aber ganz klar siehst, das Ding ist eine Stoßwaffe. Und da denke ich immer, Alter. Weil es ist ja auch diese neuen, diese neuen krassen LED-Taschenlampen, die sind ja auch so, dass die die Netzhaut ganz schön reizen. Also wenn du die einmal anmachst oder Strohwolleffekt anmachst und dich jemand gerade angreifen will, dann ist der Coach und dann klopfst du damit noch so ein Loch auf den Stirn ein. Naja, weiß nicht. Gruselig. Okay, also du hast Taschenlampen, Hauptsache es wird hier nicht alles ein bisschen zu viel. Neuer Rucksack, alles dran. Wir haben gut Futter, wir haben jetzt Wasser. Wollen wir halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wollen wir irgendwelche Vorräte, die wir quasi schleppen, aber dann auf die Eismöse bringen oder ist uns das zu gefährlich? Oh, dass wir mal so Kuriergänge machen. Ja, genau. Das heißt, wir müssten so arschleise auf unseren neuen, vielleicht hast du ja auch neue Sneaker, dass du sagst, wenn die jetzt rüber auch nochmal welche, dass wir arschleise halt irgendwie den, also am besten wäre es ja, wir würden auf dem Deck, auf dem wir sind, erst mal nach außen kommen und dann vielleicht auf der Seite, wo die Eismöse ist, irgendwas runterwerfen. Ja. So volle Seemanns-Säcke, wie heißt das? Ja, so ein Seesack. Das ist aber die Gefahr, dass vielleicht, also wenn halt irgendwelche Wasserflaschen oder Wasserbeutel, oder können wir es runterlassen am Pfaden? Haben wir vielleicht Kletterseile aus dem Trackingladen? Ich weiß nicht, ob der Trackingladen auf der AIDA so gut ausgestattet ist, da Seile zu haben. Ja, von mir aus, gehen wir mal davon aus, ja. Schnürsenkel aneinander geknotet. Ja, 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 wir haben was. Gut, dann hat jeder noch einen Seesack dabei. Den wir einmal füllen. Ich würde sagen, ja genau, den tragen wir erst mal und die Prämisse ist, wenn wir von Zombies eingekreist werden, lassen wir den einfach zurück. Ja, klar. Aber wir sind jetzt leise genug. Ja. Und wenn halt einer irgendwo auftaucht, dann gibst du ihnen einen leisen Säbelhieb, dass jetzt nicht, so, so, ja, und es ist hingelegt. Okay, dann lassen wir, ja, schaffen, was. Wir schaffen es, würde ich sagen. Der Spannung halber sind noch zwei Zombies auf der Eismöse. Wenn wir zurückkommen. Ja, die sind von der AIDA da reingefallen. Frage, wenn wir auf dem, sagen wir mal, Mitteldeck und sagen wir mal, das Ding ist 20 Meter über der Eismöse und wir lassen gerade unser Vorrat runter, sind wir wahrscheinlich, denken wir bestimmt dran, den ganzen Weg zurück, bis wir unten diese Brücke erreichen, was uns da alles passiert, könnten wir vielleicht an der Bootswand runter. Ja, würde ich, sagen, ja. Kriegen wir das hin mit dem ganzen Klamot. Ich wüsste jetzt nicht auf Anni, wie man einmal normal wird, das reichen, normale Schleife, Bear Grylls mäßig und dann halt vielleicht haben wir so taktische Kletterhandschuhe, dass uns nicht die Pfoten komplett zerreiben und dann es runterlassen, weil mit dem Rucksack, der auch noch gefüllt ist, obwohl den könnte man ja vorher noch mal runterlassen, dass wir sagen, wir haben nichts, aber dann dürfen wir echt, dann darf nichts passieren, wenn wir jetzt nur irgendwie jeder noch eine Stange an der Hüfte hat und dann sagen, jetzt lassen wir uns runter. Aber machen wir. Kriegen wir, kriegen wir schnell. Wenn man im schlimmsten Fall fällt einer von uns ins Wasser, dann haben wir wieder nasse Klamotten. Ja, wenn er ins Wasser fällt und ich mir Hinterkopf irgendwie auf den Reling von der Eismöse und dann wiederkommt. So, ich sage jetzt mal, Klaus rutscht ab und fällt ins Wasser und hat erstmal nasse Klamotten und muss wieder dann an Bord der Eismöse erstmal die Klamotten trocknen. Bin ich nach oben, während du runtergefallen bist? Du bist auf halber Strecke. Du bist auf halber Strecke? Ja. Also ich gehe nicht hoch und hole dir nochmal aus dem Trekking Store irgendwelche Klamotten? Nee. Okay. Aber du hast ja keine anderen Klamotten oder hast die anderen Klamotten Ja, wir trocknen die erstmal in der Eismöse. Wir sind jetzt nicht gleich wieder bei der nächsten Landgang, oder? Nee, wir sind ja direkt jetzt noch an Aida. Genau. Die Sache ist halt bloß, fällt das kleine Schiff nicht auf, der Motor wird das nicht laut, dass sich halt irgendwelche Zombies drauffallen. Beziehungsweise du hast gesagt, es sind zwei Zombies drauf. Genau, zwei sind drauf. Einen, du gehst drauf, bringst den einen um und ich schleppe mich mit den Klamotten rauf und schieße dann auf den anderen. Aber du bist doch schon, du bist doch eher drauf als ich. Nee, ich bin da erstmal ins Wasser gefallen. Ich muss da erstmal rumschwimmen. Ja, aber da bin ich doch voller Sorge und schreie rum und sage, soll ich irgendwie? Und du sagst, ja, ja. Hör auf zu schreien, du lockst die Zombies an. Das würde passieren. Ich würde bestimmt nicht sagen, alles klar. Ich bin gestern, fällt mir gerade bei ein, ich bin gestern bei Jan im Hotel in der Sauna beziehungsweise draußen im Saunabereich ist so eine Holzveranda mit so alten, wie heißen diese, ganz normalen, diese, wie eine Holzveranda. Das ist ja nicht flaches, das ist ja nicht glattes Holz, sondern meist die mit den Riffeln, Längslinien, Längsrillen. Aus dem Parkett einfach. Ja, genau. Und ich lege mich auf die Liege und stelle mich erstmal hin, gehe runter und merke am rechten Fuß und dann am rechten Fuß knackt es so ein bisschen. Das ist ja schon ein bisschen älter, das Holz wahrscheinlich. War so leicht feucht. Und vor mir saß da halt eine Dame, die gerade irgendwie aus der Sauna hat, hat sich da eingemümmelt und saß auf dem Stuhl und las halt irgendwas. Ich lege mich hin und irgendwann, weil ich halt aufstehe hier auf und stehe und dann knackt mit dem rechten Fuß einmal bis zum Knöchel eingebrochen. Vor Schreck springe ich halt irgendwie hoch und ziehe meinen Fuß raus, zum Glück gerade. Ich bin halt immerhin geblieben, weil mit Holzsplitter und sowas kannst ja schnell dich auf. und das Geile ist, sie guckt nur hoch von ihrem Buch und zieht nur kurz mit den Schultern und ich wette, sie hat gedacht, weil ich da rumhampel, dass ich halt beim Aufstehen einfach nur das Gleichgewicht verloren hatte. Aber ich guck sie so an und ich stand echt so im Raum nur mit Handtuch und dachte so, äh, 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 und sie liest halt weiter. Und dann hab ich überlegt, kurz sag ich, aber sie haben schon gesehen, dass ich gerade eingebrochen bin. Das ist voll gefährlich hier, kann man sich verletzen? Da dachte ich, nee, Aaron, das ist jetzt, das ist jetzt nur so, dass du eine Reaktion haben willst, weil dir ist nichts passiert, du hast eher, er hat sich kurz erschrocken, aber, ja, da hab ich gedacht, krass, ja. Und dann hab ich das Jan gesagt, hab ich gesagt, also hab ich ihm Nachricht geschrieben von wegen hier übrigens auf deinem Deck, gerade eingebrochen durch morsche Dings, seine Reaktion, warum machst du alles kaputt? Das ist so, äh, wenn das jetzt ein Gast wäre, vor allem die ganzen alten Leute, die da gestern nur waren, der wäre halt umgeklappt, hätte sich ein Fuß gebrochen, umgeklappt, keine Ahnung. Und so hat er die Reaktion, warum machst du alles kaputt? Dann bin ich oben zur Rezeption gegangen, weil ich so, ja, übrigens, ne, oben Veranda, äh, Holzboden, bin aufgestanden, bin eingebrochen. Ähm, vielleicht, dass jetzt irgendwer was hinstellt, dass da kein Gast mehr hat. Ja, ja. Der ist jetzt kaputt. Ach so, das ist okay. Ich hab Jan auch schon Bescheid gesagt. Ja. Okay, ich bin dann raus. Sag ich, man wusste fast, übrigens, äh, die Sauna ist irgendwie hochgegangen, ist nicht mehr 90, sondern 220 und es brennt. Ja, ja, ja. Hm, 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 ja. Und, äh, die Leute ersticken langsam. Ah, okay, ja. Ich hab Jan Bescheid gesagt und die Feuerwehr kommt. Hm, gut, gut. Super. Also, wahrscheinlich das Beste, als allererstes, bei Panik oder bei irgendeinem Notfall, Ruhe bewahren. Bloß der nächste Schritt wird dann nicht mehr ausgeführt. Die haben sich alle nur gemerkt, Ruhe bewahren. Das war's. Kommen sie raus, sie brennen. Ja, ja. Ja, also du schreist. Stimmt. Die Zombies kommen dir näher. Daraufhin musst du schneller auf die Eismöse. Wie, ich dachte, ich bin an halber Strecke, ich bin am Seil. Wie, die klettern mir am Seil rüber? Nein, aber du siehst sie oben an der Reling. Ja, aber schieben die sie nicht rüber und fallen? Oder meinst du, die fallen auch wieder rauf? Ja, aber dann fallen sie an dir vorbei. Ja, aber die Sache ist, wir sind zwischen... Deswegen musst du dich halt beeilen. Dass sie nicht alle auf die Eismöse fallen. Ja. Okay. Das heißt, ich mach schon so einen schnellen... Ja. Ja, ja, ja. Klaus krackst halt nachts auf die Eismöse. Schaffst du das, weil die Eismöse ist hoch, da ist ja nicht so eine Reling oder irgendwas da. Da ist ja eine Leiter hinten. Klar. Schaffst du es einmal so schnell rum? Ein Schiff braucht eine Leiter, ja. Ja, in der Zeit, in der du dich da abseits bist du rumgeschrien hast. Ich habe ja schon angefangen zu schwimmen. Ich habe ja nicht genau darauf gewartet, dass du schreist. Hast du denn beim Rumschwimmen schon gesehen, dass da Zombies draus sind? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, weil du ja vorhin gesagt hast... Ja, wir sind beide so ein bisschen überrascht davon. Das muss ja schon ein bisschen so was sein wie, ich schaffe es irgendwie auf die Eismöse. Am besten rücklinks, sodass ich halt nicht richtig sehe, was ist. Lass mich so hinfallen. Was für ein Schreck. Und zack, sehe aus den Augenhöhen, da kommt was. Denke, ach, Klaus hat es geschafft. Dreh mich um. Fuck. Da ist der Stuart in voller Montur, komplett noch irgendwie mit Namensschild und sonst was und hängt mir am Hals. Und ich halte nur ihn so weg und schrei. Sämtliche Techniken, Graf Maga, egal, alles vergessen. Mein Eisen, meine Stange, auch alles. Keine Reaktion. Erstmal total, das ist das erste Mal, dass ein Zombie so nah kommt, weil ich mich so überrascht. Jetzt kommst du. Gemeinsam, ich schmeiße mich auch auf ihn und wir drücken ihn in die Schiffsschraube mit vereinten Kräften. Nach meiner Vorstellung bin ich gerade vorne, oben auf der Eismöse, an der Spitze. Und du kommst hinten. Ah. Wir würden der ist ja nicht irgendwie komplett den ganzen Weg zurück und runter und so. Erstmal trete ich dem Zombie in die Eier, dann stellen wir fest, dass das keine Reaktion hervorruft. Ich hoffe, du triffst auch die Zombie-Eier. Ah, ja, ja. Ich hab ihn. Klein und blau. Ja, und? Ich hab nichts dafür. Es ruft keine Reaktion hervor und dann werfen wir uns beide auf den Zombie und Ich liege noch unter und drück ihn hoch. Ich schmeiß mich dann irgendwie von der Seite, ich täckel mich so rein und dann wuseln wir uns weiter vor Richtung Reling und schmeißen ihn von Bord. Ich hätte jetzt ja gedacht, dass ich versuche, ihn irgendwie mit diesem großen Plastik-Rettungsring zu schlagen. Und irgendwie bleibt sein Kopf drinnen hängen. Ich reiß und zieh. Wir drücken ihm den Rettungsring über und zerren ihn dann die nächsten Wochen einfach hinter uns her. Genau, er fällt über Bord, ist eingeklemmt, nicht tot und hängt als unser... Maskottchen. Ja. Geil. Aber da ist ja noch ein Zweiter. Ja. Das heißt, ich bin, glaube ich, erst mal richtig fertig, wenn das Ding rüber ist. Wir haben den mit Mühe und Not überwältigt. Und dann ist es vielleicht der Kapitän von der Ida und der hat noch irgendwie so ein Instinkt und ist plötzlich im Führerhäuschen von der Schiffsmöse, Eismöse und fängt wild an, da die Kurbel... Ja, und hinter uns purzeln die Zombies vom Neck der Ida und wollen langsam zu uns an Bord kommen. Das heißt, wir müssen da schnell weg. Ja. Aber wir können nicht ins Führerhäuschen, weil da der Zombie-Kapitän steht. Ja, aber wieso? Jetzt haben wir doch wieder unseren Rucksack, der da auf Bord liegt und willst du nicht mal einen gezielten Schuss anlegen oder so? Ja, in meiner Waffe ist zu viel Wasser. Ach, scheiße. Die muss erst mal kurz austrocknen. Und du hast aber noch deine Pistole dabei, Dirk. Ach so, weil ich hätte jetzt gedacht, dass ich jetzt auf dem Wasser generell schießmäßig jetzt nicht so geschult bin, dass ich da mit dem, mit meinem Crowbar reingehe, mit meinem, wie heißt das? Kuhfuß. Ja, ja, ja. Dass ich dann, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, weil ich mich nicht traue, ins Führerhäuschen zu gehen, kletter ich oben auf die, keine Ahnung, Motorhaube und kletter so weit an die Fensterscheibe, dass ich mit voller Wucht den Kuhfuß, die Spitzenseite, durchs Glas ramme und dem ehemaligen Kapitän der Aida durch den Kopf das Ding jage. Gut. Dann müssten wir aber auch rein und den dann erst mal vom Board ziehen, weil ich möchte jetzt dich da rumliegen haben. Gut, also. Wie ist denn das? Wird man vom Blut oder vom was auch immer da noch drin ist? Ne, nur wenn sie uns beißen. Okay. Also wenn wir irgendwie den dann rausziehen und sonst was und Blut in den Besicht und aussehen, ah, ah, dann ist alles gut. In dem Fall wären wir schon längst Zombies. Ja. Okay. Also wir haben die beiden Bösewichte runter. Ja. Irgendwie, wahrscheinlich haben wir, weil wir nicht genau wissen, wie lange das Ding, wie das funktioniert, den Motor laufen, leihenlos, weil wir ein bisschen in Panik sind, nimmst du wahrscheinlich deinen Degen und schlägst die Seile ab. Was jetzt wahrscheinlich eine dumme Idee ist. Ja, auch weil es keine Schlag, sondern eine Stichwaffe ist. Stichst du die Seile ab? Ja. Und popelst die so auf, das sind so tausend kleine Seile. Ich würde sagen, erst mal haben wir vergessen, dass wir noch angetaut sind. Ach so, also ich gebe Vollgas. Und wir hängen so längs. Fest und schlagen dann einmal gegen die Aida, wenn ich das physikalisch richtig sehe. Genau. Und dann sind aber, dann ist Oberdeck richtig Alarm. Ja. Dann siehst du plötzlich, alle sind da, Motors an, knallen und dann fallen die Zombies instinktiv alle runter. Wir denken, fuck a doodle do. Also da haben wir keine andere Wahl. Ich nehme deine Eisaxt und schlage damit eins, die Seile durch. Ja, die sind ja auch scharf an der Seite, wie ein Messer. Ja, wir haben kein Messer. Das hat keiner von uns dran gedacht im Outdoor. Hatte ich das nicht? Hatte ich das nicht? Aber ich habe neue Tonschuhe. Scheiße, das sollten wir uns echt besorgen. Also ein Messer. haben wir jetzt nicht. Scheiße. Können wir uns jetzt nicht backen. Okay, aber wir kommen los. Du hackst das Ding durch. Ja. Dabei wirst du wahrscheinlich, und ich bin auch nochmal, ich komme auch nochmal raus und somit tängelt das Boot ein bisschen frei. Ja. Weil wir merken, dass schon dicht die Zombies, auch wenn die halt nur rumpfmäßig getrennt sind, auf der Aida, Quatsch, auf der Eismösel landen. Und ich muss die dann immer so Baseball, Softball mäßig so abschlagen. Ja. Oder mit meinem Rohr, oder was ich da noch hatte. Ja. Schleich die halt ab. Okay, und dann kriegst du es aber los. Mhm. Und dann fährt das Ding erst mal und dann musst du jetzt entscheiden, wir sind erst mal total panisch, äh, am Ernst-Grube-Park vorbei. Nee, also ich kann dir sagen, die Brücke nehmen wir nicht, von Brücken, also von allen Sachen, wo Leute auf uns rauffallen können, habe ich dann erst mal genug. Okay. Also rechts runter an der Dame. Zur Dame. Ja. Da ist aber die Gefahr, also entweder unmittelbar durch die Dammbrücke, die du nicht wolltest, wenn wir die Dame nehmen, haben wir jetzt genommen, müssen wir aber nach kurzer Zeit unter die lange, sogenannte lange Brücke durch. Mhm. Zweispurige Autobrücke. Ja. Direkt am Schlosspark Köpenick. Linke Hand, Schlosspark Köpenick, da ist die lange Brücke und da ballern wir gerade durch. Ich würde sagen, volle Kraft, das wird dann ein bisschen... Also ich würde sagen, wir schleichen uns an, erst mal auf Schleichfahrt, lassen uns ein bisschen treiben. Ja, aber meinst du, auf der Autobrücke stehen Zombies rum? Fahren wir denn mit der Strömung oder gegen die Strömung? Wann sieht man denn das? Ist das so, dass wenn ich jetzt... Ob das Meer näher ist oder weiter weg? Ja, ein bisschen weiter weg. Also eigentlich sind wir die ganze Zeit parallel. Also fahren wir auch noch gegen die Strömung. So viel beim Zahlen treiben zu lassen. Ich hoffe, dass wir irgendwo da tanken können. Ja, also auf jeden Fall... Ja, beschreib mal. Wir schleichen da durch. Ja. Also wir schleichen uns an, wir haben den Motor an, machen den Motor aus, fahren auf die Brücke zu und dann, sobald wir nah genug sind, Motor auf Vollgas. Aber glaubst du, dass auf der Autobrücke Zombies stehen? Die Leute wollen doch irgendwie über die Brücken fahren, sondern es passiert auch da ständig was. Okay. Da wird doch irgendwann mal ein Unfall passiert sein, das sind dann Zombies und dann fährt der Nächste da durch und... Ja, wenn das verkeilt ist, ist das dann irgendwann doch aufgebraucht, dieses Zombie-Aufkommen dort. Ja. Egal, vielleicht ganz interessant für dich, wenn wir durchgekommen sind, unmittelbar, ich würde sagen, so 100 Meter auf der rechten Seite ist eine Anlegestelle, die nennt sich Nautilus Hausboote. Ja. Hm. Möglichkeit zu wechseln in ein Hausboot, was dümmer manövriert, aber vielleicht komfortabel ist, zu wohnen. Vielleicht nehmen wir uns auch einfach ein Bett da. Also meinst du, wir zerren da ein Bett raus? Oder eine Matratze zumindest. Ach, meinst du, wir haben da nix auf der Eismöse? Wo ist denn der auf der Eismöse? Weiß ich nicht, was die Polizisten liegen. Die Polizisten werden noch keine Matratzen da haben. Weil sie liegen abends einfach auf ihrer Kevlar-Matte rum, wenn die halt mal so einen langen Einsatz haben. Ich weiß nicht, ob die Wasserschutzpolizei hier innerhalb der Stadtgrenze so lange Einsätze hat, dass es notwendig ist, dass sie zwischendrin mal schlafen müssen während der Schichten. Okay, also halten wir kurz an, wir haben aber keine Anlegesseile mehr, richtig, oder ziemlich kurz, oder was? Oder ist das so, Wir haben ja noch den Zombie, den können wir als Anker benutzen. Ach, stimmt, den haben wir ja noch an dem Seil, der ist ja noch am Seil dran. Was heißt den? Aber wird das nicht eine riesige Sauerei, wenn wir den im Dings irgendwie über so einen Poller klemmen? Wir ziehen den ran, ich schieße ihm in den Kopf und dann treten wir ihn da raus. Und dann haben wir den Rettungsring als Anlegesseil. Okay, gut. Holen uns zwei Matratzen. Tschüss, Zombert. Ja, holen uns zwei Matratzen. Okay, aber dann schnell weiter. Das ist jetzt kein Aufenthalt. Da kommen dann so ein paar kleine Inseln in der Dame. Einmal die Rohrwall-Insel, aber das ist ja egal, rechts oder links vorbei. Wir können ja vielleicht mal kurz halten und auf Toilette gehen, wenn einer von uns muss. Stimmt, auf der Insel. Aber meinst du nicht, dass auf der Eismöse auch so ein Dixi-Klo ist? Ja, aber einfach mal in Ruhe. Kurz mal den Stress da sacken lassen von der Zombie-Apokalypse. Wir sind dann relativ schnell an der Möglichkeit, dass wir entweder die große Dame weiter runterfahren könnten oder nach rechts einbiegen. Und das ist wie so eine Art kleiner Kanal. Da wird die Eismöse noch reinkommen. Da müssten wir dann auch kurz unter die Grünauer Straße... Nee, kleiner Kanal gefällt mir gar nicht. Okay, wir bleiben auf der Dame. Okay, dann ist die Möglichkeit, was vielleicht nicht uninteressant ist, auf der rechten Seite kommt dann 500 Meter später circa Aldi Berlin-Grünau. Halten wir da oder sagen wir Aldi? Wie dicht vom Ufer ist das denn entfernt? Die haben halt gute Preise. Das ist ziemlich dicht am Ufer. Ja, dann würde ich sagen, also eine bessere Gelegenheit finden wir jetzt nicht, nochmal unseren Speicher aufzufüllen. Das Gute ist, daneben ist nämlich auch so eine Grünfläche, wo man... Ich könnte ja mal Satellit angucken. Wo man campen kann. Genau. Also, beziehungsweise das Geile ist, ich sehe gerade, da ist ein richtiger Anleger in der Nähe von Aldi. Also, da ist ein Anleger, dann hast du dahinter so ein bisschen Industrie-Freifläche und dann kommt direkt Aldi. Also das heißt, wenn da Zombies sind, können wir die definitiv sehen. Ja, das finde ich gut. Das sollten wir nutzen, die Gelegenheit. Aber das heißt, wir würden da halt... Also, ich würde sagen, ein paar Zombies sind da. Ich würde sagen, keine Waffen. Das lockt halt... Also, keine Handfeuerwaffen. Ja, wir haben sie halt dabei für den Notfall. Genau. Also, ich würde sagen, mit deinem Säbel... Elster, pardon. Ich hatte Angst, dass der Zombie-Vogel wiederkommt. Ja. Also, ich würde sagen, wir können ja versuchen, erstmal den Konflikt zu vermeiden. Aber wenn du auf einer geraden Freifläche drei Zombies siehst und die sehen uns, sagen wir dann... Erstens die Frage, sehen die uns oder sind die mit sich selbst beschäftigt? Hängt einer bei einer Einkaufswagen rum oder so? Aber wir wollen zu Aldi rein. Irgendwie rein, eventuell brechen wir es auf, etc. Jetzt haben wir freie Fläche. Du hast wahrscheinlich recht. Ja, wir bringen die alle um, damit die nicht am Ende... Ich habe auch nur an drei gedacht. Ja, damit die nicht zum Problem werden, ja. Schleichen uns langsam an. Und wir sind hinten am Lieferanteneingang. Wir sind nicht am Haupt... Also, ich würde aber auch nicht drehen wollen, weil ich glaube, das ist doch der sichere Bereich, wo man reinkommt. Es war dann halt irgendwie eine Eisentür. Das Gute ist, ich habe immer meinen Kuhfuß dabei. Das heißt, das ist eigentlich echt ganz praktisch. Waffe und Werkzeug. Und dann, weiß ich nicht, knallt es so sehr, wenn die Tür aufgebrochen wird. Sagen wir, die haben halt einen so Metallscharnier vor und dann halt aber so ein schönes Industrieschloss noch. Das heißt, einmal abbrechen und dann... Also, es wird, glaube ich, scheiße, ey. Und dann ist die Frage auch, wir sind jetzt vielleicht einen halben Tag oder einen Tag von AIDA entfernt. Haben wir nicht noch genug von unseren... Ja, aber vielleicht Obst und Gemüse. Frischwaren. Irgendwas Frisches, ja. Ja, aber was... Wie lange ist denn die Zombie-Abkalypse schon im Gange? Ha, jetzt würde ich sagen eine Woche oder so. Okay. Das heißt jetzt irgendwie so... Die Bananen werden da schon ziemlich... Ja, aber... Vielleicht ein Matschahaufen sein. Wie ein Ananas, ein Apfel oder so. Oder was haben wir gelernt aus 28 Days Later? Die ganzen gespritzten Äpfel, die immer bombe aussehen. Ja, sowas. Konserven. So. Konserven können wir da richtig mitnehmen. Da kann man es eindecken mit. Und solche Konserven, die man halt nicht erheizen muss, sonst was, sondern du sagst so... Ja, eingelegte Pfirsiche. Naja, beziehungsweise es gibt ja halt fertige Gerichte, die ja schon einmal gekocht wurden und dann halt... Du musst halt... Ich habe kein Problem mit kalten Essen so. Ja, Gulaschsuppe. Genau, so Eintöpfe und sowas. Die hast du ja alle da... Ja, aber halt auch alles, würde ich sagen, alles nur, was in unseren Rucksack reinpasst. Wir fangen jetzt nicht an... Oder wollen wir jetzt einen Wagen nehmen? Och, nee. Da müssen wir über die Wiese mit dem Wagen... Na gut. Dann machen wir das aber, ne? Okay. Weiter geht's, weiter runter. Da sind dann halt dann ein paar Segelclubs und sowas. Ich hoffe nicht, dass da halt jetzt auch irgendwie... Also ganz viele Anleger, so Privatanleger, ich hoffe nicht, dass sie uns das irgendwie... Übel nehmen? Nee, ich meine, dass da halt irgendwelche ganzen Zombieboote so sind. Okay. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir halt ein bisschen aus der Stadt raus. Die Dame führt dann durch so ein großes Waldgebiet. Krumme, Lark, Grünau und so ein Quatsch. Wir sind dann schon in Karolinendorf. Okay, ja. Das klingt abgelegen genug. Und Berlin-Karolin-Hof, Schmöckwitz. Da pimmeln wir uns jetzt in den Sediner See. Wir sind jetzt in den Sedin-See. Das mündet die Dame in den Sedin-See. Wollen wir in den Sedin-See oder wir können links hoch die große Krampe, aber das sieht hier nach dem Satellitenbild aus, als ob das so ein bisschen wildes Gewässer ist. Also sehr aufschäumend. Ich weiß nicht, ob das mit der... Ja, aber ich meine, im See hängen wir fest. Ich gucke mal, wo der Sedin-See endet auf und das hast du wieder. So einen kleinen Kanal. Aber es würde weitergehen. Ja, dann nehmen wir den kleinen Kanal jetzt. Okay. Der kleine Kanal. Ich meine, die Eismöse fährt ja auch normalerweise auf der Spree und die hat ja auch nicht so viel Tiefgang. Genau, ja. Dann müssen wir einmal unter den... unter die Gösener Landstraße. Das ist halt so eine kleine, zweispurige Autobrücke. Gut, dann müssen wir noch einmal absteigen, um auf das Schild, auf das Straßenschild zu schreiben, Möse in der Landstraße. Haben wir irgendwelche Stifte dabei? Wir haben doch weiße Farbe, ne? Irgendwas... So, macht die Polizei auch immer. Sie markiert die Verbrecher mit weißer Farbe in der Stirn. Lauf erstmal, aber wir haben dich erstmal markiert. Dann pimmeln wir jetzt durch so ein großes Waldgebiet, also rechts und links. Und zwar auf dem sogenannten Gosener Kanal. Goser der Gosajana, oder was? Okay. Das sieht echt ein bisschen eng aus, aber jetzt sind wir... Das endet in den Demaritzsee, was direkt... Also Demaritzsee ist auch... Hälfte ist Berlin, Hälfte ist schon Brandenburg. Ja. Jetzt ist die Frage, wir könnten einen anderen Knall wieder hoch, zurück nach Berlin, einen kleinen Kanal runter, also nördlich, oder wir gehen weiter östlich Richtung Erkner. Ich würde ja östlich sagen... Ja, dann gehen wir östlich. Wir sitzen das aber auch echt nur aus auf dem Wasser, die Zombie-Apokalypse. Das ist so richtig... Also meinst du, sie sollten mal wieder ein Problem kriegen, was? Tragen wir auch nichts bei. Nee, ich frage mich überhaupt, was wir jetzt machen, wie der mittelfristige Plan aussieht. Weil derzeit machen wir nur eine Bootstour, die wir nicht bezahlen. Ich würde mal behaupten, einfach mal, weil wir noch in Nähe sind, wenn wir halt jetzt durch den Demaritzsee Richtung Erkner raus sind, da sind sehr viele Brücken, und dann pimmeln wir langsam ab. Der Motor, wir haben halt einfach den Motor, äh Quatsch, den Tank leergefahren. Wir haben ja die Coupes noch drauf. Die was? Die haben wir drauf. Ach scheiße. Wir haben die E-Roller auf die Eismöse geladen. Und übrigens, jetzt direkt am Flankenvlies, so heißt jetzt irgendwie dieses Kanalstück, wo wir halt abkacken, ist linke Hand wieder, ich weiß auch nicht, warum die direkt, wahrscheinlich werden die auch angeliefert vom Wasser, einen direkten Nettomarkendiscount. Ja. Legen wir da an, oder wollen wir, also wir müssen ja, beziehungsweise vorher ist halt einfach die Friedrichstraße, eine wahrscheinlich andere, die zu so einem großen Kreisel, oh, da wird richtig Action sein. Aber ich sehe, ach das ist ja uns egal, weil da sind mehrere Tankstellen, aber ich weiß jetzt nicht. Aber wir haben uns ja ein paar Akkus mitgenommen, ne? Ja. Aber wir gehen jetzt mal von Bord. Wir haben kein Ziel, ne? Ne. Ich merke die ganze Zeit, wir haben... Einfach in Bewegung bleiben, dass die Zombies nicht merken, wo wir sind. Also wir sind jetzt halt, wir haben es jetzt gerade, Mann, irgendwie von Berlin, so, äh... Im Zickzack-Kurs übers Gewässer. Nord, ne Quatsch, äh, äh, südöstlich nach Erknau geschafft. Auf die ominöser Weise in Berlin ankernde Aida. Ja. Aber wir haben es echt nur nach Erknau geschafft. Sind wir da S-Bahn, glaube ich, von hier aus 30 Minuten. Von Tür zu Tür. Wir sind auch so doof. Hätten ja auch einfach die S-Bahn nehmen können. Ach, da fällt mir ein, dass die eine Brücke hier, die ich vorhin meinte, die... Wie heißt die denn? Ach, weiß ich gerade nicht. Die auf jeden Fall über den Flanken fließt. Die ist eine S-Bahn-Brücke und unweit davon ist nämlich Bahnhof Erknau, die S-Bahn. Ja. Gut. Wenn wir was vergessen haben hier, können wir einfach mal zurückfahren. Ja, die Frage ist, ob wir mit unseren Kuh... Also wir würden ja wieder so eine Vollverpflegung... Also wir werden ja alles draufpacken. Wir sagen jetzt nicht... Beziehungsweise wir legen an und sagen, der Motor fährt zwar nicht, wenn wir wollen, können wir jetzt nachts auf dem Schiff und das kann man vielleicht besser verteidigen als jetzt irgendwie... Ja. Ja, wir können einfach ein bisschen aufs Wasser raus. Da haben wir schon mal... Ja, wir sind jetzt aber auf diesem Flankenvlies. Das heißt, das ist wie so ein doper Kanal, der halt einfach nur, keine Ahnung, zehn Meter breit ist oder was. Ja, ja. Und das Ding können wir ja nicht irgendwie abends abstoßen und hoffen, dass das Ding dann in der Mitte bleibt. Sondern das wird wahrscheinlich mit Strömung. Und morgens wachen wir auf und sind dann wieder Schlosspark, weiß nicht, Köpenick. Da wurde angefangen. An der Zombie-Aida. Und knallen hart aus Versehen gegen die Aida. Genau. Das wäre geil, wenn die Strömung uns direkt dahin treiben würde. Weil sonst hätte ich gedacht, mit dem Kuhroller und ein kurzer Proviant, vielleicht nochmal auffrischen beim Netto. Ich würde sagen, wir steigen da erstmal aus. Also ich kann das, ich kann die Eismöse auch langsam nicht mehr sehen. Die ist vermutlich auch schon ziemlich zugekackt. Ja. Beziehungsweise unsere Ernährung mit diesen ganzen Dosenzeugs hat das wahrscheinlich echt zu miesen Freunden dann gemacht. Ich würde nicht mehr viel reden. Ich glaube auch wenn, dann hängt sich wahrscheinlich einer von uns mit dem nackten Arsch über das Denk. Ich habe gerade gedacht, dass wir sagen, Hack ist nur noch zum Kacken. Da geht keiner mehr und telefoniert oder macht Fotos. Es gibt noch diese Show Last Man on Earth, wo einer allein ist und das Wasser ist abgestellt und er stellt sich auf so ein 5-Meter-Brett und kackt in einen Pool. Gar nicht doof. Bei Pool, alter Finne. Ja, dann haben wir halt noch ein Seil. Einer von uns, wenn du immer auf dem Klo bist, hältst du halt das Seil und dein nackter Arsch guckt immer an Bord. Ja, okay. Also wenn wir jetzt auf den Kuhrollern dann halt sind wir bei Erkner gelandet. Sagen wir, ist das Stromnetz noch aktiv? Elektrizitätsnetz? Was brauchen wir denn? Nee, ich habe gedacht, ob wir uns entscheiden, wenn man nicht weiß, wofür. Da ist halt eine S-Bahn. Ja. Und wir wissen halt von wegen, die Dinger sind ja wo richtig leicht. Irgendwie Todmannknopf die ganze Zeit gerückt halten, volle Kraft raus und wir ballern auf der S-Bahn raus. Ja, aber meinst du nicht, da steht eine vor uns irgendwann? Ach, du meinst eine andere S-Bahn? Ja. Ja, dann pimmeln wir mit 20 kmh raus. Ah, okay, na perfekt. Wenn eine vor uns steht, dann steigen wir einfach in die um. Ja, beziehungsweise knallen erstmal gegen wahrscheinlich, weil ich nicht richtig bremsen kann, oder du? Lass doch den Todmannknopf los. Die Sache ist, schaffen wir es irgendwie diese einzelnen Waggons abzukoppeln, oder müssen wir die alle kontrollieren, oder ist uns das scheißegal und sagen nur, vorne ist leer, und wir ziehen eventuell noch 40 Pendler-Zombies mit. Also würde ich sagen, das ist mir lieber, als da irgendwie so mühselig herausfinden zu müssen, wie um alles in der Welt wir die Waggons abkoppeln. Jetzt ist aber auch die Frage, in welche Richtung fahren wir? Ich würde sagen, damit es spannend ist, mal aus Berlin raus, oder? Ein paar Zombies im Umland sehen. Aber das Geil ist, wir machen immer nur Reisen. Ja, das ist mehr so ein Ausflug fürs Wochenende. Ich weiß auch gar nicht, wo das Ding, also ich meine, das geht jetzt ja auch erstmal, also fahren wir jetzt irgendwie erstmal wieder durch so ein ewiges Waldgebiet und fahren und fahren, das ist natürlich ganz schön. In der Zeit, ja okay, jetzt kommen wir schön, Bahnhof Grünheide, Fangschleusebahnhof, halten wir da an. Schauen wir mal raus, oder sagen wir, ist mitten im Wald, ist mitten im Wald das Ding. Spannend oder weiter? Weiter, was wollen wir im Wald? Also ich hoffe echt, dass das mit dem Strom die ganze Zeit funktioniert, es wird halt echt nicht spannender. Nächster Halt, Hangelsberg Bahnhof, da ist direkt daneben, aber alte Hausmannskost zum Hangelwirt. Gehen wir da rein und wollen uns ein paar Bratkartoffeln mit einem machen? Oder sagen wir, ja, wenn wir mal Zugang zu einer Küche haben, wir gucken mal, Wieso da es zum Hangelwirt, die werden doch direkt da eine Küche haben. Ja, eben, deswegen sage ich ja, wenn wir das mal haben, Zugang zu einer Küche, dann sollten wir es auch nutzen. Die Frage ist auch, wo pennen wir? Sagen wir von wegen, Sicherheitsgründe, machen wir 5 kmh und pennen im Zug? Was kann da passieren? Naja, also die Zombies müssten erst mal in dieses fahrende Ding, wo die Türen zu sind, irgendwie rankommen, wenn wir an so einen Zombiehaufen fahren. Auch wenn wir mit 5 kmh unterwegs sind, können wir vielleicht eine Stunde schlafen, bevor wir irgendwo aufschlagen. Meinst du? Schlafen wir in Schichten, solange wir an Land sind? Das würde ich ja fast vorschlagen. Oh Gott, dieses taktische Vorgehen, wo es total spaßfrei ist. Ich muss die ganze Zeit alter Alphfolgen mir irgendwie reinziehen und du pennst und du ziehst das SpongeBob rein oder spielst Switch. Es ist ganz einfach, wenn du schläfst, dann halt ich wache und wenn ich schlafe, dann schläfst du auch, während du alte Alphfolgen im Ohr hast. Ich wollte gerade sagen, es ist ja die ganze Zeit gefühlt, als ob man allein unterwegs ist. Das ist doch langweilig. Ich würde mir irgendwie so einen doofen... Schlafen doch nicht jeder 12 Stunden am Tag. Ich würde mir irgendwie so einen doofen Zombie holen, und dem würde ich irgendwie festknoten mit dem Reden. Ja, das sagt mal ihm, aber der pennt ja nur die ganze Zeit. Das habe ich auch schon überlegt. Also, hangeln wird, essen und schlafen oder hangeln wird, essen und dann weiterfahren. Essen und schlafen, wir verbarrikadieren uns einfach mal für eine Nacht. Also, ich weiß auch nicht, ob das zombiemäßig spannend ist, weil das ist halt ein bisschen weltlich gelegen. Da ist halt ein Reifen und Autosurface noch in der Nähe und ein Parkplatz. Und dann ist halt, dann war es das da. Deswegen habe ich gedacht, also wenn da jemand echt überlebt hat, also eventuell treffen wir auch Überlebende, weil es da so abgelegen ist. Obwohl, weiß nicht. Also, also pimmeln, pimmeln lieber weiter dann. Ja. was für ein Monsterwaldgebiet ist denn da in der Richtung Ausbau West? Okay, da müssen wir definitiv nur durch. Obwohl, da ist Elektroservice Naumann, falls du da halten willst und irgendwie Handy aufladen so ein Powerbank. Okay, jetzt sind wir in Fürstenwalde, direkt an der Spree. Frage, da raus, Fürstenwalde ist natürlich nicht klein und irgendwie Action ist aber eigentlich viel zu gefährlich, wenn du halt sagst, die S-Bahn funktioniert und es läuft alles ganz gut, würde ich sagen, dass es zu gefährlich ist. Dann würde ich lieber halt machen, irgendwie, nächster Halt wäre Berkenbrück, was wieder sehr weltlich gelesen ist, aber da kann man halt schauen, ob da Infrastruktur irgendwas in der Nähe ist. Das ist halt so ein kleines Neubaugebiet im Wald gelegen. Ja, das klingt so ein bisschen wie die Insel bei Daisy. Ja, also ich muss echt sagen, die Strecke, das wird echt ein bisschen langweilig, weil wir pimmeln. Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde, also. Es ist halt nicht so spannend dieses Mal gewesen, weil wir halt irgendwie in diese S-Bahn rein, wir sind jetzt Briesen. So ist das Überleben halt. Ich würde mal gucken. Dann werden wir sesshaft in Erkenschwick, oder wie hieß es? Erkelang. Okay, irgendwie bei Jakobsdorf knickt die Bahn so langsam ab und ich habe das Gefühl, wir fahren langsam, aber sicher Richtung Polen. Ja, gut. Das ist doch ein gutes Ende. Die Frage ist überhaupt ja, dass wir dann irgendwann sagen, vor Langeweile, weil du kannst ja glaube ich von Anfang bis hinten, naja okay, vielleicht, nee, man kann ja gar nicht bis ganz hinten, aber ein Waggon ist ja schon sehr, sehr lang. Dass wir irgendwann mal sagen, ey, lass mal gucken, was passiert. Wir fahren nach 50, und damit wir ein Aufprall nicht so schlimm, dass wir ganz nach hinten gehen und uns irgendwie mit Gaffer-Tape an den Sitz festgedrückt oder so. Ich weiß nicht, ob der Aufprall hinten so viel geringer ist als vorne. Meinst du, vorne so viel Fläche, die auch erstmal den ganzen, ja, ich weiß nicht, ob das so eine Blech, ja. Dann netzen wir die Helme vom Kuhroller auf. Dann kann er nichts passieren. Wir werden wahrscheinlich eh direkt in Warschau ankommen. Das ist ja gut. Und werden da empfangen wie Könige, weil wir die Zombie-Apokalypse überlebt haben. Und aus der S-Bahn mit dem Kuhroller rausrollen. Hey, uh! Aus der halben S-Bahn, die wir noch fahren, zu dem Zeitpunkt. Weil in Warschau sind keine Zombies. Und somit haben wir überlebt, indem wir uns durchgeschlagen haben von Berlin bis nach Warschau. Mit einem netten Urlaub, ohne dafür zu bezahlen. Und wir sind nur kurz zu Fuß bis vorne an der Ecke, dann mit Kuhrollern unterwegs, dann mit der Eismöse unterwegs, kurzer Abstecher in der AIDA, weiter mit der Eismöse, ewig weit, bis wir dann halt in Erkner, in die S-Bahn umgestiegen sind. Und da sind wir mit der S-Bahn von Erkner direkt bis nach Warschau durchgefahren. Macht uns das mal nach. Das sind mal Lifehacks. Ja, gut, würde ich sagen. Ist aber eigentlich gar nicht schlimm, so eine Zombie-Apokalypse, habe ich gerade gedacht. Nee, also ne, es wird sehr einsam, weil wir nicht parallel schlafen, beziehungsweise sagst du, ich schlafe ja dann irgendwann alleine. Ja, naja, meine Güte. Ich habe irgendwann... Wie wir drauf sind. Auf dem Boot finde ich es nicht so tragisch, so lange wir noch auf dem Wasser sind, aber im Land ist es schon ein bisschen heikel. Ist das denn für dich okay, dass ich ein, ein Zombie, damit es nicht so langweilig wird, mir ins Boot genommen habe? Ja, Zombi hat den zweiten, ja. Beziehungsweise im Boot? Hat die ein Zombie im Boot oder eine S-Bahn? Nee, im Boot kann man auch gleichzeitig schlafen. Das ist wirklich, das ist ein Land, wo es kritisch ist. Ja, okay, dann hatten wir einen Zombie auf der, einen Pendler-Zombie. Ja. Willi, den Pendler-Zombie. Ja, der wahrscheinlich sonst auch nicht viel mehr sagt. Ja. Willi. So. Ah, gut, gut, gut. Ja, spannend bis leicht ermüdend, diese Folge. Ja, naja. Aber so sind sie mit 70, ne? Wie das Leben. In diesem Sinne, ihr findet uns als für Nüsse mit Dirk und Klaus auf allen Podcast-Apps. Ja, und ihr findet weitere spannende Folgen bei YouTube oder auf YouTube für Nüsse mit Dirk und Klaus. Oder ihr schreibt, dass ihr uns liebt an für Nüsse at gmail. Ah, 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 ah. Oder at für Nüsse Pod auf Twitter. Ja, oder, oder wir sehen uns wieder in der Wolke A7 bei Bratkartoffeln in der Sauna. Ja, im Glory Hole Treff. Sehr gut zusammengefunden. Danke. Tschüss. Bye.